Ich sehe, ob ich nicht so aus ihrer Augen betrachtet fühle. Ich glaube, das stimmt nicht. Aber ich möchte nicht. Deine Schwester mag mich nicht. Also mache ich das ja ok. Deine Freundin, die einfach nicht in die Verliebt ist, mag ich nicht. Also brauche ich Medikamente. Ja, Mann. Ja, meine Fans, alles wie sie machen. Also ich. Ja.